Die Landshuter Stadtpfarr- und Kollegiatstiftskirche St. Martin und Kastolus wurde von Baumeister Hans Krumenauer um 1385 als Hallenkirche begonnen und unter maßgeblicher Beteiligung des Hans von Burghausen bis um das Jahr 1500 fertiggestellt. Mit ihrer außergewöhnlichen, über die Maße vertikalisierten Architektur, in der sich Elemente von Hoch- und Spätgotik verbinden, gehört die Kirche zu den bedeutendsten Monumentalbauten der Gotik in Süddeutschland. Der Turm ist mit 130,1 Metern der höchste Backsteinturm der Welt sowie der höchste Kirchturm Bayerns. Das Kollegiatstift Moosburg wurde 1598 auf Veranlassung Herzogs Wilhelm V. nach Landshut transferiert und dort 1803 aufgehoben. Im Jahre 1937 wurde das alte Kollegiatstift auf die Bitte Kardinal Faulhabers durch Papst Pius XI. wieder eingerichtet. Baugeschichte Der Vorgängerbau der heutigen Kirche stammte wahrscheinlich aus der Zeit der Stadtgründung im Jahre 1204. Bei archäologischen Untersuchungen wurden 1980 im östlichen Teil des Langhauses die Fundamente einer dreischiffigen spätromanischen Basilika von 50 Metern Länge und 27 Metern Breite ergraben, der im Westen ein freistehender Glockenturm mit angebauter Kapelle vorgelagert war. Da beim Wiederaufbau Landshuts nach dem verheerenden Großbrand von 1342 dk-sekunden Straßenniveau um drei Meter angehoben wurde, musste die Kirche neu errichtet werden, der exakte Baubeginn der gotischen Kirche ist nicht bekannt. Als erster mutmaßlicher Baunachweis gilt eine 1389 verfasste Urkunde, in der ein gewisser Meister Hans, Paumeister CZU Sandmart ein als Siegelbezeuge auftritt. Nach Meinung weiter Teile der Forschung handelt es sich bei jenem Meister Hans bereits um Hans Krumenauer, den späteren Baumeister des Passauer Doms. Peter von Balders hat diese Behauptung allerdings bereits 1950 angezweifelt, da der Begriff Baumeister im Mittelalter ein weit größeres Bedeutungsspektrum hatte als im heutigen Sprachgebrauch. Erst ein Eintrag im Botenbuch der Bruderschaft des Hospizes zu Sankt Christoph Amalberg von 1395 nennt zweifelsfrei einen Baumeister Hans, der Krumenauer, Staymich zu Lenschad. Krumenauer zeichnete nicht nur für die Visierung, also den Planriss des Neubaus, der für die nachfolgenden Baumeister verbindlich war. Verantwortlich, er errichtete außerdem bis um 1400 den Chor und die Ostpartie des dreischiffigen Langhauses. Für 1390 ist darüber hinaus eine Messstiftung für die Landshuter Patrizierfamilie von Asch belegt, die in dieser Zeit die Magdalenenkapelle nördlich des Gores stiftete. Allerdings endete Krumenauers Tätigkeit in Landshut frühzeitig, als er im Jahre 1405 an die Passauer Dombauhütte berufen wurde. 1406 wird die Bauaufsicht über die neu entstehende Martinskirche an Hans von Burghausen übertragen. Dafür beschenkte ihn der bayerische Herzog Heinrich der Reiche im selben Jahr mit einem Wohnhaus unmittelbar südlich der Baustelle. Unter Burghausers Leitung entstanden die sieben östlichen Joche des Hallen Langhauses. Unter ihm entstand ebenfalls das inschriftlich auf 1429 datierte westliche Nordportal. Nach seinem Tode im Jahre 1432 fand er auf dem Martinsfriedhof neben der Kirche seine letzte Ruhe. Während der Friedhof seit Beginn des 19. Jahrhunderts nicht mehr existiert, erinnert ein Gedenkstein mit Büste an der Außenwand des südlichen Seitenschiffs an den Meister und seine zahlreichen Werke, die er in Altbayern und Österreich hinterlassen hat. Urheber des Bildwerks ist Burghausers Neffe Hans Stethheimer, der lange Zeit mit Hans von Burghausen gleichgesetzt wurde. Er vollendete die beiden westlichen Joche des Langhauses sowie die Seitenschiffkapellen und begann frühestens 1441 mit dem Bau des weltberühmten Backsteinturms mit den zweigeschossigen Flankenkapellen, der Altdorfer Kapelle im Norden und der Taufkapelle im Süden. Hans Stethheimer dürfte auch für das um 1452 entstandene Westportal verantwortlich gewesen sein. Nachdem Stethheimer um 1460 1.461 verstorben war, übernahm vermutlich Stefan Burghauser, Sohn des Hans von Burghausen und 1471 als Meister Stefan vom Steinwerch, bezeugt die Bauleitung. Um 1475 erhielt das bis dahin mit einer provisorischen Flachdecke abgeschlossene Langhaus seine Rippengewölbe sowie ein hohes Satteldach. Erst um 1500 nach über 100 Jahren Bauzeit wird die Errichtung der Martinskirche mit der Eindeckung des gewaltigen Westturms abgeschlossen. 1598 wurde auf Betreiben des Herzogs Wilhelm V. von Bayern das Kollegiatstift Sankt Kastolus von Moosburg nach Landshut verlegt, die Martinskirche wurde zur Stiftskirche. 1604 wurden auch die Reliquien des heiligen Kastolus dorthin übertragen. Das Stift wurde 1803 im Rahmen der Säkularisation aufgehoben, aber 1937 wiedererrichtet. Im Jahre 2001 wurde die Stiftskirche zur Basilica meiner erhoben. Das Stiftskapitel besteht zurzeit aus vier Kanonikern und dem Vorsitzenden, Stiftspropst Monsignore Franz Josef Bauer. Die Pfarrei St. Martin befindet sich seit 1. September 2004 in einem sogenannten Pfarrverband mit der Pfarrei Heiligblut am Landshuter Hofberg. Der Vorstand dieses Pfarrverbandes ist ebenfalls Monsignore Bauer. Architektur Masse Innenlänge des Hauptschiffs 92 Meter Innenbreite des Langhauses 28,65 Meter Lichte Innenhöhe der Schiffe 28,80 Meter Turmhöhe 130,08 Meter Bebaute Fläche 2668 Quadratmeter Mit Ausnahme der skulptierten Bauteile, die aus Haustein bestehen, ist Backstein, der mit Kalkmörtel verbunden ist, das vorherrschende Baumaterial. Als Fundament wurden 5000 Tannen Holzpfähle verwendet, die vollständig im Grundwasser stehen, um Fäulnis entgegenzuwirken. Die Martinskirche ist eine dreischiffige Hallenkirche zu neun Jochen. Zwischen die tiefen Strebepfeiler an den Seitenschiffwänden sind niedrige Einsatzkapellen eingebaut. Am dritten und siebten Joch befinden sich auf beiden Seiten Portal vor Hallen mit reich gestalteten Baldachinen aus Haustein. Die Seitenwände des Langhauses sind zweizonig gegliedert. Die Wände der Einsatzkapellen werden durch breit gelagerte, fünfbahnige, die Seitenschiffwände durch hohe, schmale, dreibahnige Maßwerkfenster belichtet, die die Wandflächen zwischen den Strebepfeilern nahezu vollständig ausfüllen. Den Abschluss bildet ein aufgemaltes Friesbänd aus aneinandergereihten vier Schnäusen, das auch den eingezogenen, vierjochigen Chor umläuft. Dieser schließt sich im Osten in der Breite des Mittelschiffs an das Langhaus an und ist in fünf Achteckseiten geschlossen. Seine Wandgestaltung gleicht weitgehend der des Langhauses. Allerdings enthalten die weit weniger tiefen Räume zwischen den Strebepfeilern lediglich niedrige, offene Bogennischen für Epitaphien und Grabmäler. An seiner Südseite ist die Sakristei angebaut. Ihre beiden westlichen Fensterachsen mit Spitzbogenportal und Fenstern stammen noch aus der Gotik. Die Ostteile mit eigener Absis sind barocke Zutaten. An der Nordseite des Gors ist die sogenannte Magdalenenkapelle mit separatem Chorschluss und Ägfiale angebaut. Im Winkel zwischen Chor und Langhaus-Nordwand befindet sich ein polygonaler Treppenturm auf über den Mann in den Dachstuhl gelangt. An der Westfassade ragt der mit 130,1 Metern höchste Backsteinturm der Welt auf der auch die Westportal-Vorhalle enthält. Seine neun Geschosse verjüngen sich nach oben hin und sind durchlesenden Spitzbogenblenden und über Eck stehende Streben gegliedert. Am Übergang vom quadratischen zum Oktogoner Ehingeschoss Grundriss über dem vierten Stockwerk ragen überdies vier schlanke, sechseckige Treppentürmchen auf. Sie enthalten zwar alle eine Wendeltreppe, jedoch gelangt man nur über den Schnecken in der Südostecke, der die anderen deutlich überragt. In den Glockenstuhl zwei filigrane Sprengwerkkronen umgeben den achtseitigen Spitzhelm. Das Erdgeschoss des Turms wird beidseitig von Kapellenräumen, der Altdorfer Kapelle und der Taufkapelle, flankiert. Deren Westseiten abgeschrägt sind ihre beiden Geschosse mit dreibahnigen Maßwerkfenstern teilt ein breiter 4-Pess-Fries, Langhaus und Chor. Das Mittelschiff von St. Martin besteht aus neun Jochen auf querrechteckigem Grundriss. Ihnen entsprechen jeweils neun quadratische Jochräume in den beiden Seitenschiffen. Diese sind durch Spitzbogendurchgänge zu den Einsatzkapellen bzw. den seitlichen Portalvorhallen hingeöffnet. Während das südliche Seitenschiff einen geraden Schluss besitzt, setzt sich das nördliche in die Magdalenenkapelle fort. Das westlichste Joch des Langhauses wird vollständig von der Orgelempore eingenommen, die auf drei Spitzbogenakkaden ruht. Die große Arkade im Hauptschiff fasst eine kehlbogige Rammung mit Krabben ein. Die dahinterliegende Brüstung besitzt ornamentalen Schmuck aus Schneus und Passformen. Reich profilierte Dienste mit Kämpfern und Blattkapitellen spannen an den schlanken, achteckigen Mittelschiffpfeilern im Mittelschiff ein durchlaufendes Netzgewölbe auf. Die Seitenschiffe besitzen hingegen Sternrippengewölbe ebenfalls mit kreisrunden Schlusssteinen. Die Seitenschiffgewölbe sind nicht durchlaufend, vielmehr werden die einzelnen Jochräume durch profilierte Scheitbögen voneinander getrennt. Wandseitig lagern sie auf Diensten, die das Profil der Gewölberrippen aufnehmen und auf Höhe des Bogenansatzes der Einsatzkapellen durch Figurenbolderschien unterbrochen sind. Als Pader zu den gegenüberliegenden Freipfeilern befinden sich an den Längswänden der Seitenschiffe nur flache Wandvorlagen. Die Gewölbe der Einsatzkapellen weisen Varianten der Netzrippenfiguration auf. Ein einspringender Gefahrstärr-Triumphbogen trennt das Langhaus vom einschüffeligen Chor. Dort steigen Wanddienste auf trapezförmigem Grundriss direkt in das Netzgewölbe auf das im Chorschluss in einem Rippenstern endet. In der Architektur des Langhauses verbinden sich Elemente der Hoch- und Spätgotik. Ihre besondere Wirkung ergibt sich vor allem aus der starken Vertikalisierung der einzelnen Bauteile, wie sie für die hochgotische Baukunst typisch ist. Bei einer Höhe von 22 Metern haben die Mittelschiffpfeiler nur eine Breite von einem Meter und treten daher für sich als Baumese kaum in Erscheinung. Zwar besitzen die Pfeiler noch profilierte Gesimse und die Dienste Blattkapitelle, die die tragenden Bauteile optisch vom Gewölbe abgrenzen. Allerdings sind diese Gliederungselemente nur schwach ausgebildet. So entsteht der Eindruck, dass die Pfeiler und Dienste ohne Unterbrechung in die Gewölbe übergehen und diese gleichsam ausstrahlen. Durch den in Längsrichtung gestreckten Oktogon-Grundriss und die enge Stellung der einzelnen Stützen wirken die Pfeilereien für den eintretenden Besucher wie eine durchgehende Wand, die kaum Einblicke in die Seitenschiffe zulässt. Dadurch steigern die Pfeiler nicht nur die vertikale Erstreckung des Raums, sondern sorgen außerdem für eine optische Trennung von Mittel- und Seitenschiffen. Auch dem Chor kommt eine entscheidende Rolle in der Raumgestaltung des Inneren zu. Er weist deutliche Bezüge zur Bettelordensarchitektur des 13. und 14. Jahrhunderts auf und steht damit in der Tradition vergleichbarer und für ihre Entstehungszeit stilistisch-konservativer Chöre aus der Hand Hans Krumenauers. Seine Höhe entspricht dem Zweieinhalbfachen seiner Breite. Zusätzlich unterstützten die hohen Maßwerkfenster, die nahezu die gesamte Wandfläche einschließlich der Schildbögen ausfüllen. Auch hier das Streben in die Höhe. Im Zusammenspiel mit dem indirekten Licht der Seitenschiffensteher lassen die Chorfenster das Hauptschiff wie einen Lichttunnel zum Presbyterium hinwirken. Dieser Effekt wird durch das durchlaufende Hauptschiffgewölbe noch gesteigert. Während die Bauteile also in der Querrichtung deutlich voneinander abgegrenzt sind, tritt in der Längsrichtung zwischen Hauptschiff und Chor eine Raumvereinheitlichung ein. Sie ist ein Merkmal der anbrechenden Spätgotik, für die die Aufhebung der Grenzen zwischen den einzelnen Raumteilen sowohl in Längs- als auch in Querrichtung charakteristisch ist. Ein spätgotisches Gestaltungsmerkmal sind auch die Einsatzkapellen an den Seitenschiffen, die wohl Hans von Burghausen in Bayern eingeführt hat. Im Vergleich etwa zu den später entstandenen Stadtpfarrkirchen in Dingolfing oder Eggenfelden ist ihre Bedeutung für den Raumeindruck aber gering. Die gleichzeitig mit dem Hauptchor entstandene Magdalenenkapelle liegt in der östlichen Verlängerung des nördlichen Seitenschiffs und ist zu diesem hin durch einen Triumphbogen geöffnet. Wegen des Treppenturms im Winkel zwischen Chor und Langhaus-Ostwand ist der Durchbruch aus der Achse gegen Norden verschoben. Der Raum besteht aus zwei kleinen, querrechteckigen Jochen. Sie werden von einem Netzgewölbe in Rautenformaufwanddiensten mit eingebauten Figuren-Tabernakeln abgeschlossen. Die Untergeschosse der Kapellen zu beiden Seiten des Turms sind durch profilierte, spitzbogige Durchgänge in der Westwand des Langhauses zugänglich. Ihr inneres Erscheinungsbild wird entscheidend von dem asymmetrischen Grundriss geprägt, der durch die abgeschrägten Westdecken entsteht. Die südliche Taufkapelle ist im Obergeschoss ungewölbt und im Erdgeschoss mit einem rautenförmigen Rippengewölbe ausgestattet. Die nördliche, um 1495 geweihte Altdorfer oder Antoniuskapelle besitzt in beiden Geschossen ein komplizierteres Netzgewölbe. Im Untergeschoss ruhen die Rippen auf der dem Turm zugewandten Wandaufwappenkonsolen, an der Nordwand auf profilierten Diensten mit Blattkapiteln. Die runden Schlusssteine geben Auskunft über die Namensgebung und den Stifter der Kapelle. Sie zeigen den Adler als Wappen des ehemaligen Bistums Chiemsee und das persönliche Wappen des Bischofs Georg Altdorfer von Chiemsee. Der dem Landshuter Patriziat entstammte, zwar befindet sich auch sein Epitaph in der Kapelle, nicht aber seine Grabstätte, Bauskulptur. Zwischen die kaskadenartig aufsteigenden, mehrfach abgesetzten Strebepfeiler ist auf der Westseite des Turms das Hauptportal eingeschoben. Es wird von der Forschung auf die Zeit um 1452 datiert und ist so unter Hans Stethalmers Leitung entstanden. Die Spitzbogenöffnung der Vorhalle wird von einem mächtigen profilierten Kehlbogenrahmen eingefasst. Der mit Kaben besetzt ist und von einer Kreuzblume bekrönt wird, dahinter befindet sich eine mit drei und vier Pässen durchbrochene Brüstung. In die Kehlen des eigentlichen Portals, das im Inneren der Vorhalle liegt, sind Figuren auf Sockeln eingestellt, ebenso in den Trümo. Ähnlich wie das Westportal sind auch die Seitenportale zu beiden Seiten des dritten und siebten Seitenschiff Jochs mit reichskulptierten Baldachinen. Versehen Ihre Entstehungszeit ist in der Forschung umstritten. Das Nordwestportal trägt als ältestes die Jahreszahl 1429. Für die drei übrigen Portale wird ein Entstehungszeitraum zwischen 1450 und 1480 angenommen. Wobei das Südwestportal als das jüngste angesehen wird, die einander diagonal gegenüberliegenden Portale sind jeweils analog gestaltet. Das Bauernportal im Südwesten und das Brautportal Nordosten weisen keilförmig auskragende Baldachin mit Figurenreihe unter dem Kranzgesims und ein beschriebener Spitzbogenöffnung mit Kehlbogenrahmung auf Figuren Tabernakel mit bekrönenden Fialenrahmen die Vorhallenfassaden. Die Baldachin von Taufportal im Südosten und Bürger- oder Lindbrunerportal Nordwesten sind in doppelten Spitzbögen geöffnet, die von Kielbogenrahmen mit Kreuzblumen eingefasst sind und einen sägeförmigen Grundriss beschreiben. Ausstattung Hochalter Ein Unikum im altbayerischen Raum ist der bauzeitliche Hochalter im Chorhaupt, dessen Schrein und Gespränge vollständig aus Sandstein gemeißelt sind. Eine Stiftungsinschrift auf dem Spruchband eines Engels auf der Rückseite weist darauf hin, dass der Altar um das Jahr 1424 geschaffen wurde. Aus führender Bildhauer war vermutlich Hans Stethheimer, der gleichzeitig den Bau der Martinskirche leitete. Während der Barockisierung 1664 wurde der Altar entgegen der üblichen Vorgehensweise nicht abgebrochen, vielmehr diente er als Unterbau für einen zeitgenössischen Retabel des Hofschreiners Augustin Kienle mit einem Altarblatt der Himmelfahrt Mariens von Johann de Pei und Hieronymus Münderlein. Bei der Regotisierung im Jahr 1857 entfernte man den barocken Aufbau und versuchte, das ursprüngliche Aussehen des spätgotischen Retabels wiederherzustellen. Neu geschaffen wurden unter anderem die hölzernen Altarflügel, die bereits wieder entfernt wurden, die Figurenreihe des unteren und das Mittelrelief des oberen Registers sowie das Gespränge. Der Altar besteht aus einer Mensa mit einem von Mars Werkblenden und einem Vierpass mit Rankenkreuz gezierten Stippes. Die niedrige Preteller nehmen die als Hochreliefs gearbeiteten Halbfiguren von Aposteln, Propheten und Kirchenvätern in Vierpassrahmen ein. Ein breiter Profilrahmen fasst den kastenartigen Altarschrein ein. Er ist in zwei Register unterteilt, in die Figuren und Reliefs aus gebranntem Ton eingestellt sind. Die heutige steinfarbige Fassung stammt aus dem 19. Jahrhundert, die gotischen Originalfiguren und Reliefs waren allerdings farbig bemalt. Zwischen Pösch-Achtgansfiguren und Tabaldachinen im unteren Register befindet sich der Tabernakel mit kilbogiger Öffnung und Begleitenden. Engelsreliefs Er gehört zum originalen gotischen Bestand des Altars und stellt eine Besonderheit in einer Zeit dar. In der in den Kirchen vom Alltag getrennte Sakramenzhäuser zur Hostienaufbewahrung noch die Regel waren. Das obere Register des Schreins enthält fünf Reliefs, die Mantelteilung des Kirchenpatrons St. Martin, die neugotische Verkündigung des Herrn und die zwei Felder umfassende Anbetung der Könige. Zwei große, achteckige Tabernakeltürme mit Figurenischen und bekrönenden Fialen fassen den Mittelschrein ein. Drei weitere bilden das Gesprenge mit der zentralen Kreuzigungsgruppe. Auch die Rückseite des Altars ist aufwendig skulptiert. Die dargestellten Personen tragen eine Fülle von Spruchbändern, die Texte mit Bezug zur Eucharistie enthalten. In der prädellen Zone befinden sich analog zur Vorderseite die Halbfiguren von Propheten und Aposteln. Im oberen Register des Schreins stehen neugotische Apostelstatuen auf figurierten Konsolsteinen, die ebenfalls Propheten zeigen. Der Volksaltar wurde wie auch der Ambo im Jahr 1983 von dem Münchner Bildhauer Hans Wimmer aus Stein gefertigt. Beide Ausstattungsstücke sind sehr schlicht gehalten und lenken die Aufmerksamkeit des Kirchenbesuchers gezielt auf den kunstvollen gotischen Hochaltar. Bildwerke Ein bedeutendes Kunstwerk der gotischen Steinbildhauerei ist die aus einem einzigen Stein gehauene sechseckige Kanzel von 1429. Das Korbogenkreuz von 1495 hat eine Gesamtlänge von 8 Meter. Der aus einem Lindenstamm geschnitzte Körper hat eine Länge von 5,80 Meter und eine Armweite von 5,40 Meter und ist eines der größten Kruzifixe der Spätgotik. Es wurde von dem Ulmer Bildschnitzer Michel Erhard in ähnlicher Weise wie sein berühmtes Kruzifix in Schwäbisch Hall gefertigt. Das in Eichenholz geschnitzte und reich verzierte Chorgestühl stammt aus der Zeit um 1500. Es ist das wohl schönste seiner Art in Niederbayern und diente als Vorbild für das der Stiftspfarrkirche in Altötting. Bemerkenswert ist auch die um 1520 von Hans Leinberger geschaffene Rosenkranz-Madonna eines der bedeutendsten Kunstwerke dieses Meisters. Die überlebensgroße Marienfigur ist an der östlichen Stirnwand des Südschiffs zu sehen und befand sich früher in der nahen Dominikanerkirche. Interessant sind auch die zahlreichen Grabdenkmäler des 15. und 16. Jahrhunderts. Besonders stattlich sind die der ehemaligen Landshuter Kanzler ausgeführt. Darunter die Grabplatten des Drs Martin Mayer von dem Münchner Steinmetzen Matthäus Haltner, des Drs Wolfgang Fiebeck von Hans Werner sowie von Augustin Baumgartner von Hans Maas. Außerdem sind die Ritter Grabsteine des herzoglichen Landschreibers Kaspar Flitzinger von Hans Stetheimer, des Hans Veit von Töring von Christoph Köffler und des herzoglichen Rates Wolf von Asch zu Asch von Hans Werner. Das Rotmammurepitaf des Bischofs Georg Altdorfer von Chiemsee stammt von dem Augsburger Bildschnitzer Hans Päuerlindee. Die Epitaphien der Patrizierfamilien Schweibermeier, Schiltag, Leomann und Hammerpeck wurden von dem Burghauser Steinmetz Franz Siekinger angefertigt. Die Martinskirche verfügt über zwei Orgeln. Die Hauptorgel auf der Westempore mit 75 Registern auf vier Manua-In- und Pedal sowie die Chororgel mit sieben Registern auf einem Manual und Pedal. Letztere wurde 1997 von der Orgelmanufaktur Fleugels aus Hardtime erbaut. Die Hauptorgel, das Opus 51 des Landshuter Orgelbauers Ecke Hartz-Simon, wurde im Jahr 1984 eingeweiht. Das Gehäuse stammt aus der Zeit um 1680 und wurde von Christoph Egedacher bei dem damaligen Orgelneubau gefertigt. Ursprünglich ging man davon aus, dass der Prospekt bereits um 1620 von dem Münchner Hans Lechner, dem Erbauer der ersten Orgel in der Martinskirche, erstellt wurde. Dies wurde im Jahr 2012 von Otmar Heinz widerlegt. In das Gehäuse von Egedacher wurde 1914 eine Orgel von Heinrich Kuhlen und M. Sohn eine neue Orgel mit 70 Registern auf drei Manua-In- und Pedal eingebaut. Diese gilt als letzte bayerische Großorgel der Romantik. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und mit leichten Änderungen in der Disposition durch Julius Zingl 1955 und Ludwig Wastelhuber 1968 wieder aufgebaut. Dadurch erhielt die Orgel 72 Register. Die 1983 abgebaute Orgel befindet sich heute im Orgelzentrum Welly von Sixtus Lampil, wo sie im Depot eingelagert ist. Die Originaldisposition von Kuhlen aus dem Jahr 1914 lautet wie folgt, Spielhilfen, drei freie Kombinationen. Dieses Instrument wurde 1984 durch die Orgel von Eckhardt Simon ersetzt. Sie besitzt eine mechanische Spiel- und eine elektrische Registertraktur. Die Disposition lautet wie folgt, Koppeln I2, I3, IIV, I3, IIV, IP, IP, III, IVP, Spielhilfen, 16-fache Setzerkombination, 1-freie-Pedalkombination, Tutti, Vorpleno, Pleno, Zungen-Einzelabsteller, Manual 16, ab. Der Turm beherbergt einen Glockenbestand aus zehn historisch überaus bedeutenden Glocken. Von denen alle bis auf die kleine Zügenglocke das Hauptgeläut bilden. Die sogenannte Buchstaben- oder Majuskelglocke trägt als Inschrift einen Teil des Alphabets in gotischen Majuskeln. Sie hängt in einem fahrbaren Glockenstuhl und wird zur Eröffnung von Festgottesdiensten verwendet. Zu Weihnachten 2008 konnten aufgrund Sanierungsarbeiten am Turm drei bisher nicht genutzte Glocken in den bis dato sechs Glocken umfassenden Glockenstuhl integriert werden. Das Glockengeläut erklingt in ungewöhnlicher Tonfolge, dessen größte Glocke zu den größten des Erzbestums zählt. Eine Besonderheit ist die Pfarrglocke, die eine sehr steile Form hat und mit ihrem relativ hohen Gewicht die tontiefere Rosenkranzglocke übertrifft. Das Folgeleut ertönt an Hochfesten und zu ganz besonderen Anlässen jeweils am Vorabend und eine Viertelstunde vor dem Hochamt. An solchen Tagen gibt es ein Vorleuten der beiden großen Glocken eine halbe Stunde vor Beginn. Bilder BR 2018 Karl